F.E. weg. Weg, nein. Ich lass jetzt das eine hier einfach mal, das hat ja noch drei Tage Energie oder so. Also, wird das in real life gerechnet, ja? Ja. So lange spielen wir glaube ich nicht, so lange wie das hier rumsteht. Das heißt, wir müssen halt immer am Landinggerand kleben, weil wir sonst irgendwie mal gegenfliegen. Naja, guck mal, pass auf, deswegen hab ich ja hier diesen Autostop eingeballert. Also, und ist angelassen halt so. Mach bei dem anderen Schiff wieder Strom an. Mach mal die Schwestern manuell aus. Weil du brauchst die Medica, sonst baust du immer wieder mit meinem Schiff. Dann wären wir nie fertig mit dem... Ja, aber guck doch mal, ich hab doch jetzt das neue Schiff hier angelassen. Ich weiß, aber ich mein, das Alter. So, das wird doch ewig geballert. Trotzdem, da sind die dran. Ja, aber das wird doch eh... ...gedisst, verzaubert. Ja. Ja. Ausgeschlachtet. Aua. Ja, sorry. Ja, toll, ich hatte so viel Eisen dabei. War stundenlang fahren, oder? Ja, ey, wirklich. Rein in die Höhle. Die Schaden, Junge. Ja, das geht jetzt voll cool aus. Voll cool gemacht. Ich finde, generell ist es ein schönes Spiel. Oh. Hier ist ja eh noch so viel Eisen... ...pick hier rum, glaub ich. Oh, hier ist Uranium. Hier ist auch der Knall. Ja. Äh. Und darum brauchen wir nicht durch Uran. Du musst dir ein anderes System überlegen. Wenn ich meine Höhle wieder finde... ...kann ich jetzt zeigen, dass es viel besser ist, wenn man sich irgendwo reinbohrt, weil dann können die Dinger nicht so weit wegfliegen. Alter, wie die wegfliegen, ey? Ja, das... Wir müssen erst hier noch Schwerkraft nebeln. Ah, okay, dann können wir richtig rumlaufen, ja? Ja. Ah, hier ist so eine kleine Höhle. Wo hast du die hier schon durchgegraben, ey? Irgendwie da rausgekommen, oder mal? Ich bau mir einfach einen anderen Tool hier rein. Gott. Schön einsammeln. Ja, hallo. Ja. Inventur. Hä? Na weg! Ich meine Inventar ausfallen. Ja, meins auch. Ja. Geht's denn hier nochmal raus? Hier? Ja. Oh. Oh. Soll ich das reinballern? Ja. Bei mir? Und... In dem Ding, wo ich vorstehe. Wobei, ne, das ist ja eher ernst. Das ist Schwachsinn. Mach's hier rein in die Raffinerie. Komm ich da nochmal ran? K. K. Oder I. Ich benutze immer K, aber... Äh... Kuba... Ach so, das ist in der A. Wow, bam, Junge. Die Freuden von Space Engineers. Wa? Die Freuden von Space Engineers. Ich weiß gar nicht... Ich... Ich würde nicht mal eine Schätzung abgeben können, wie viel, äh... Eisen... Also, wie viel Starrplatten wir brauchen, bis wir... Äh... Also, mit der Raffinerie machst du denn... aus Eisen Starr oder was? Genau. Also, im Prinzip machst du aus der Raffinerie, aus dem Erz, äh... Eisen, äh... Barren halt. Und dann ein Assembler kannst du Sachen zusammenbauen lassen. Startplatten müssen. Für die normalen Standard-Sachen auch mal ein Startplatten. Wenn du durchgucken willst, kannst du mal G drücken. Und dann hast du halt alle Items, die es rundherin gibt. Und dann, mit der Mouse-Over, kannst du halt angucken, wie viel Sachen die brauchen. Ähm... Na, wo bin ich denn jetzt hier? Das ist nervvoll, dass Inventar so... so klein ist. Na, ein bisschen. Das ist halt, äh, das nächste Projekt, sag ich mal. Nach dem, ähm... Ähm... Vielleicht nach dem kleinen Basis da... Ähm... Ja? Ja. Warum merkst du das? Ich kann nichts mehr reinmachen. Oh. Na, wir haben nur noch welche, oder? Ja, die laufen. Also, im Prinzip könnten wir jetzt so irgendwie... in deinem Schiff die Raffinerie anschmeißen, um da mehr zu produzieren. Na, alle Schiffe bauen wir jetzt erst auseinander, also könnten wir im Prinzip bei dem hier den Strom anmachen, die Raffinerie anschmeißen. Ja, mach doch. Kannst du das nicht? Doch, mach ja. Ich muss nur kurz ein bisschen reinholen. Ja. Kannst du noch hören? Ich weiß, was wir in dieser Folge bauen können. Wie weißt du denn? Oder generell. Dieses kleine Dingsi. Wovon ich nicht... Was ich dir letztens gezeigt hab. Mhm. Was ich mir letztens erdacht hab. Soll ich schon mal anfangen? Ja, aber ich bin dafür, du machst da ein paar Bohrer ran. Nee. Doch, es dauert sonst viel zu lange. Wir können ja nochmal so eine ganz kleine, eine andere Bohr-Dingsi bauen. Ja, können wir machen. Aber dann müsste ich das jetzt umdesignen, weißt du? Wir designen spontan. Mach ich. Okay. Okay, Mom. Ja. Dann baue ich jetzt erstmal Licht irgendwo. Muss ich mir erstmal einfach ne Lampe inbauen. Dann haben wir die Augen gemacht. Nö. Ja, mein Spiel hat sich heute aufgehört. Also, hm? Wirklich? Ja. Oh. Ich bin grad da reingeliegt. Das ist ein Dickbutt. Passiert. Gerade bei meinem Garmin PC. Ich wollte nur Uranium aus der Raffinerie nehmen und das dann splitten, um was in Seele sein Schiff zu tun, weil die Raffinerie von meinem Schiff ist voll. Mhm. Achso, äh. Das ist ja damit man hier nicht den Storage-Container auf dem Schiff, weil du es noch nicht festgestellt hast. Da ist nämlich alles drinnen. Ja. Meine Metalltik zurückgelegt. Mhm. Great. Klasse. Oh, wirst du? Die ist so leicht ausgeziehen. Weiß es nicht so leicht wie es aussieht? D. Okay. Aber da muss ja noch ein bisschen Uran Zeugs reinmachen. Wenn ich nicht so viel reinballern... Der Reaktor braucht noch ein bisschen Uran und dann passt es schon. Pau ich hier drüben jetzt. Ich glaub wir sind jetzt irgendwo in der Mitte des zweiten Parts. Meine Stoppo sagt nämlich jetzt zwölf Minuten. Und ich hab irgendwie die ja später angemacht, also... Zwölf Minuten? Ja, zwölf Minuten haben wir jetzt. Ist das noch erst die erste Folge, oder nicht? Nein, nein, ich hab ja zu spät angemacht. Achso, du stoppst jedes... Nein, nein, ich hab die Stoppo zu spät angemacht. Ja, dann hättest du gerade mal gucken können, ob... Also neunmal... Wie viel Blöcke sind das? Neunmal elf sind 99. Ja. Okay. War das jetzt elf mal neun oder neun mal elf? Ja, das ist ja aufgeschrieben. Das ist egal. Nein, das ist nicht. Ich muss sowieso anders denken jetzt, ja. Ich muss dann ja noch den Dings reinkriegen, den Bohrer. Den du da umhörst. Oh, die Klappe. Ohne Pater. Ohne Schiff, oder was? Na, so ein kleines Schiff hier unten drinnen, ja, ja. Nix... Nix besonderes. Nur um uns die Arbeit zu erleichtern. Und das Meinen ein bisschen zu hören, so rüberringen. Guckst du so hoch? Ich guck dir zu. Ich disassembl'n oder weißt du was? Was? Ich hab' gesagt, ich disassembl'n oder was? Wo hast du Seeleinig, das ist ja ne... Vielleicht fliegt da das Tool noch rum, was sie wieder hat, das ist ja ne... Ja, ich hab' geguckt, aber... Ich hab' nichts gefunden. Ich bin danach in den Meteorien gesmashed. Ich hab' mich reingebohrt in den Meteorien. Keine Ahnung, kannst ja mal gucken gehen, vielleicht findest dich ja. Danke! Ja, das hab' ich gesehen, du Arsch. Schönen Dank, du Arsch. So. Der Bohr ist ganz schön groß, Kevin. Ich weiß, du musst halt größer denken. Wie gesagt, denk mir total. Ja, halt die Klappe. Kann man denn nicht zur Sonne fliegen? Ne, dann nicht. Ja, klar. Los! Mach' dich auf'n Weg! Ich glaub's ja an, am Ende der Folge. Nein. Nicht mehr dann würde er ankommen. Er würde da nie ankommen. Alle Asteroiden, die man hier sieht, die gibt's wirklich, ja? Pass auf, dann kann man sich hinschlingen. Die sind alle echt, ja. Ja, man muss ja hier fragen, keine Ahnung, weil das ist ja alles so weit weg. Ne, manche sind auch nicht echt. Ah, ok. Man halt sieht aber den Unterschied. Es gibt 16 Asteroiden hier auf dem Weg. Kann den Unterschied sehen. Es wäre übelst genial, wenn man alle begehen, also alle anfliegen könnte. Ja, das wäre ziemlich heftig. Da würde ich noch mal gucken. Was ist das eigentlich für den Ding hier? Ah. Oh, Goddem. Was hat's gemacht? Nichts. Das ging mir jetzt nicht gut an, auf alle Fälle. Ja. Ich bin jetzt übrigens der grüne V-Ranger. Was machst du, Seele? Ja, ich spiel mit der Säge rum. Ich spiel's cool wie hier in die Hälte. Ja, mit dem Körper dann so ein bisschen wackeln, so wububububub. Goddammit. Boah, geil. Bam, 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 bam. Mach dich nützlich. Äh, sorry, warte. Ich muss jetzt nur, muss ja nur schnell mal alles entdecken, so. Ja, lass ich den erst mal entdeckern. Mann. Wir müssen hier effizient arbeiten und dann überleben hängt davon ab. Ja. Komm. Da war kein Scheiß. Pssst. Geh nicht bei. Klar. Lazy oder so. Du bist schwarz. Nein, ich bin nicht mehr schwarz, ich bin grün. Oh. Denkst du jetzt aber, du bist was besseres, wa? Ja. Bist du aber nicht. Warte, wie viel Energie mein Schiff noch hat. Ich fühl mich hier ständig an dem Ding aus. Irgendwie ändert mich das so an, so'n Mixerstab. Das soll nur Funktional sein. Halt die Klappe. Nein, ich meine, der Rohbau vom Drill sieht aus wie so'n Mixerstab. Naja, Mixerstab. Ich komm hier mal nicht raus aus meinem Schäschchen. Ich überleg grad, soll ich den nochmal kurz abbauen soweit? Ein bisschen weiter nach hinten packen? Aber nee, das geht nicht. Muss so sein, okay. Da ist der Blüblierstab. Die ganzen Kinder hier. Guck mal. Guck mal, ein Penis. Aber das war jetzt nicht wohl los, Alex. Was sagst du? Hä? Woher ins Gesicht haben? Nein, hör auf. Backstabbing. Ja, wie sieht's denn jetzt mit der anderen Raffinerie aus? Hast du's jetzt hinbekommen? Nein, läuft. Dann kann ich da jetzt wieder Eisenfarmen gehen, ja? Jetzt der Fahrer schon machen kann ich. Naja, ich hab ja im Moment ja nicht wieder reinkommen. Geht, China Farmer. Hallo, ich bin Beißer. Ja, und? Ich hab's nicht. Das ist zusammenhaltendgeweis. Au, oh. Wenn man die Taschen schon voll hat oder irgendwo runterfällt, stirbt man fast. Unser... Also mein Small Cargo-Laner ist jetzt auch fast voll. Ja? Ja. Okay. Okay. Bin stolz auf dich. Der Tobi ist wieder voll. Boah. Ich seh nichts. Nein. Du musst die Augen aufmachen. Haaah. Haaah. Hey, wer ist denn hier gerade rumgeflogen? Komm zurück. Ich wieso. Fetter Hobbit. Hier, heb mal bitte die Stahlplatte auf. Und die, und die, und die. Ich hab... Ich hab... Volles in mein Tadoo. Speis, ne? Dich. Ja, tschüss. Fliegt. Tschüss. Grüß deine Mutti schön. Mach ich. Kann man schon was konstruieren? What? Post mal oder was? Hier, sammel. Ne, meinst du fast voll. Ich hab alles voller Stahlplatten. Ach Gott. Boah, wie schnell, wie schnell verarbeiten die Rabinerie das Zeug, alter. Treifacher Speed. Alter! Tak, 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 und jetzt haben wir hier die Stahlplatten. Wo denn? Da hinten ist einer. Über 2